Ja, jeder, der sich ja für anderweitiges Wohnen und Leben interessiert im Tiny House oder im Camper, der kommt ja vermutlich an drei Fragen nicht vorbei. Erstens, wo kriege ich meinen Strom her? Zweitens, wo kriege ich mein Wasser her? Und drittens, wo fließt auch das Schmutzwasser, Grauwasser wieder hin? Und ich habe hier, Leute, den Marc aus Frankreich kennengelernt. Und die haben hier eine sehr, sehr, sehr spannende Lösung. Und ich habe ihn mal gefragt, ob er für uns mal erzählen kann, was genau hinter diesem Topf steht. Aber nicht nur hinter diesem Topf, sondern auch hinter dem System. Und vor allen Dingen, und das hat mir Marc eben schon erzählt und gezeigt, hinter dem. Und das wollen wir uns jetzt alles einmal ganz kurz erklären lassen. Ja, dann fangen wir beim Anfang an. Ja, vielleicht ganz kurz, Marc, erzähl mal nochmal ganz kurz, wo kommt ihr her, wo sitzt ihr? Genau, das wollte ich gerade machen. Also, uns gibt es seit 2007. Wir sind in Frankreich, im Elsass und in der Bretagne. Und unser Hauptberuf ist, sind Abwasserreinigung, also Wasserkleeranlagen durch Pflanzen, also für individuelle Haushälte. Wir machen um die 3000 Anlagen im Jahr in Frankreich. Die sehen so aus, also es sieht aus wie ein Garten. Das sind Allwasseranlagen, sind vom Umweltministerium in Frankreich genehmigt. Und das ganze Wasser vom Haus fließt dann so in Becken rein, die mit Schilf und mit Halbwasserpflanzen bepflanzt sind. Und wird dann an Ort und Stelle behandelt und geklärt. Und es fließt dann wieder raus und es wird an Ort und Stelle versickert im Boden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wenn du sagst, alles Wasser, dann meinst du auch alles Wasser, ne? Alles Wasser. Schwarzwasser wie Grauwasser, das sind Allwasseranlagen, werden eben je nach Einwohnerzahl dimensioniert. Ja. Also je mehr Einwohner da wohnen, desto größer wird der Wasserkleergarten, wie wir das nennen. Sehr schön. Und aus dieser Idee haben wir ein paar Nebenprodukte entwickelt. Nämlich für ungewöhnliches Wohnen, für Zirkuswagen, Tiny Häuser. Das Prinzip ist immer das gleiche. Das Wasser fließt in einen Filter rein, wird dann an Ort und Stelle bearbeitet und geklärt. Und versickert dann im Boden. So, also das Wasser kommt hier aus dem Haus, hier in diesen zwei Filtern rein. Die sind mit Schilf bepflanzt. Und das Wasser, das ganze Wasser, sogar schwarzes Wasser, kommt hier. Das mit dem Globapier, Fäckerien, werden hier zurückgehalten. Und das Wasser fließt dann durch verschiedene Schichten in den Filter durch und versickert dann im Boden. Das mit den Fäckerien und das Globapier ist kein Problem. Da sind Gitter drauf und es kompostiert auf natürliche Weise. Also es entstehen kaum Gerüche. Es gibt keine Gehrung, da kein Wasser in den Filter stecken bleibt. Das Wasser fließt durch und wird dann im Boden versickert. Falls es Regionen gibt, wo ein bisschen strengere Normen gibt, zum Beispiel wenn man neben einem Fluss ist oder neben einem Bächlein, kann man das Wasser nicht direkt ins Bach, nach dieser Stufe nicht direkt ins Bach einleiten. Dann hat man auch hier einen Horizontalfilter, die noch die Filterung verbessert. Und dann kann man es entweder im Boden oder dann auch im Wasser versickern lassen, also einleiten. Super spannend. Sag mal, wenn ich jetzt Interesse habe und ich habe halt zu Hause oder ich habe halt auf meinem Grundstück, wo ich mein Tiny House instelle, keine Möglichkeit, um an das Abwasser angeschlossen zu werden und ich euch beauftrage, dann kommt ihr mit einem dicken Bagger und hebt da ein Loch dann aus? Genau, so funktioniert es. Nicht unbedingt ein Loch. Also für Tiny Häuser, Abläufe bei Tiny Häusern liegen ja ziemlich tief. Da muss man ein bisschen baggern. Für solche Gärten muss man meistens, wird gebaggert, aber nicht unbedingt. Man kann es auch direkt auf den Boden stellen. Das sind dann so große Becken. Und es kann auch, es ist nicht unbedingt in der Erde eingebaut. Man hat mehrere Versionen. Es ist je nach Neigung und je nach Grundstück verschiedenes machbar. Und sag mal, sind das eigentlich spezielle Pflanzen, die dann da drauf wachsen oder würde da eigentlich alles drauf wachsen? Also wir, da viel Wasser drauf kommt, haben wir das alles mit Halbwasserpflanzen gepflanzt, also hauptsächlich Schilf, Wasseriris, Wasserminze und solche Sachen. Und das ist dann halt auch, wenn ich euch beauftrage, dann kommt ihr und bringt auch gleich die Pflanzen mit? Wir bringen auch die Pflanzen mit? Ja, natürlich. Das können wir machen. Das Substrat, die Pflanzen können wir mitbringen. Ja. Meistens werden die vor Ort, wir beschaffen die ja bei örtlichen Gärtnereien oder wir versuchen es am meisten lokal zu halten. Ja. Die Pflanzen werden natürlich, also das Einzige, was mit diesen Gärten geschieht, ist im Winter trocknen die Schilfe aus, wie in der Natur auch. Dann muss man das wegschneiden. Ja. Das System funktioniert winterüber problemlos, da es hauptsächlich die Bakterien sind, die arbeiten, die in den Wurzeln der Pflanzen leben. Ja. Und dann wird das so bearbeitet. Das Schilf sieht schön im Sommer aus, im Winter ist es natürlich ein bisschen kürzer und dann im Frühling frächst es wieder nach und dann am nächsten Herbst, Winter, schon das wieder abschneiden. Es ist nur ein einfacher Garten. Und ich muss halt auch mit meinem Abwasser jetzt, ich muss jetzt nicht ein spezielles Spülmittel kaufen oder spezielles Waschmittel. Also jetzt entweder, ja. Ich meine, unabhängig davon, dass man das sowieso machen sollte eigentlich, ne? Ja, man kann auch noch mit Palmolive oder mit solchen Sachen arbeiten. Also wenn ihr jetzt Unmengen von Chlor in die Toilette reinspült, wird es vielleicht ein bisschen schädlich für die Pflanzen sein. Aber das Wasser ist ja dermaßen verdünnt, dass ein bisschen Palmolive oder ein bisschen Chemikalien das eigentlich dem ganzen Nichts ausmachen. Super cool. Und jetzt habe ich hier gesehen, ihr habt das genauso auch nochmal als kleine Lösung, ne? Genau. Also von dieser Idee sind wir ausgegangen, um Mini-Kläranlagen für Tiny Häuser anzubieten. Also zum Beispiel haben wir hier das Phytotiny-System. Das ist eine Abwasserklärung durch Pflanzen für Tiny Häuser, Zirkuswagen, Jurten. Und es ist eigentlich hauptsächlich für Grauwasser gedacht. Also es funktioniert mit Trockentoiletten. Also da muss es schon, da kann man nicht Fäkalien drauf spülen. Aber es ist eine Lösung, also das ganze Wasser aus der Dusche, aus dem Waschbecken, aus der Waschmaschine, aus der Küche, aus dem Tiny House, kommt dann wie in unseren größeren Gärten in diesen Topf rein. Und dann wird es im Topf gereinigt. Und wenn es aus dem Topf rauskommt, erfüllt es schon die Norm der Ablaufklasse C ein. Und dann wird das Abwasserfließdaten durch den Topf und wird unterirdisch in eine Versickerungszone eingeleitet und versickert dann so im Boden. Könnte ich das dann halt auch, also das Wasser aus dem grünen Topf, auch schon zum Bewässern meines Gartens nehmen? Also theoretisch ja. Also das mit dem Tiny Häuser ist immer ein Problem, weil der Abwasserauslauf ziemlich tief liegt. Also werden diese Töpfe meistens ein bisschen in der Erde eingebaut. Die sind dann am Ende so 20 Zentimeter, 20 bis 30 Zentimeter hoch. Und das ganze Klärungsprozess findet dann unter Erde statt, im Topf. Achso, weil du gesagt hattest, ihr versucht da auch so minimal wie möglich unterwegs zu sein und möglichst keine Pumpen einzusetzen. Ja, das wird so natürlich, das ganze Wasser kommt direkt aus dem Tiny House raus und wird ohne Pumpe in diesen Topf eingeleitet, wo es dann behandelt wird und es dann im Boden versickert. Also wenn es aus dem Topf, der Topf ist ja dicht und wenn es aus dem Topf rauskommt, wir haben so ein Lysimeter eingebaut, dann kann man Probe machen auch. Wenn es aus dem Topf rauskommt, erfüllt es schon die Normen der Ablaufklasse 10. Aber wir verbessern das durch eine Versickerung im Boden. Kannst du ganz kurz mal was dazu sagen, was heißt denn diese Klasse? Heißt das, dass ich das Wasser dann so in die Erde geben kann? Genau, also auch amtlich ist es, also Wasserbehörden, es gibt ja lokal ziemlich viele Unterschiede. Man müsste sich schon erstmal ein bisschen erkundigen, es ist auch nicht für jeden Bedarf gedacht. Okay, aber jetzt, wenn ich jetzt als Laie, ich habe mir jetzt hier ein Tiny House bestellt und ich als Laie hätte jetzt ja nicht so viel Ahnung. Würdet ihr das theoretisch auch machen, das Management mit dem Wasser, wenn ich auf euch zugehe und sage? Also das mit den Wasserbehörden ist dermaßen lokal, dass wir das lieber den Kunden überlassen. Ja, okay. Und was wäre, ich müsste da dann fragen, theoretisch funktioniert das ja meistens an den Startorten, wo ohnehin kein Abwasser vorhanden ist. Ja, genau, also wenn du zum Beispiel dein Tiny House im Garten aufgebaut hast, kannst du dich an die Kanalisation anschließen und brauchst so ein System nicht. Aber wenn dein Tiny House im Wald besteht oder in einer Lichtung oder auf einer Wiese, dann könntest du sowas brauchen, weil das Wasser an Ort und Stelle behandelt wird. Dort gibt es keinen Anschluss zur Panelisation und wenn das Tiny House mal weg ist, kann man das auch wieder rausnehmen und es ist minimal invasiv. Und habt ihr denn, wenn ich jetzt theoretisch dann genau vor dieser Herausforderung bin und einmal mit dem Wasseramt sprechen soll, gibt es da sozusagen wie so einen Nachweis, eine Zertifizierung für, dass ich denen sagen kann, also ich würde das System einbauen? Ja, die ganze Systeme haben auch ein Herstellerzertifikat, wo wir unsere Qualität des Abwassers garantieren. Man kann es jederzeit mit dem Lysimeter messen, also man kann messen und Analysen machen und es kann nachgewiesen werden. Weil es geht ja wahrscheinlich erstmal, wenn ich dann halt mit dem Amt zu tun habe, darum, dass ich denen irgendwas sagen muss. Ja klar, also das würde ich als Lösung dann einbauen. Dafür haben wir hier ein kleines Dossier, das wir in den ganzen Werten und das ist schon mal eine Grundlage, mit dem Amt zu reden. Klasse. Sag mal, und das ist ja immer so ein bisschen die Gretchenfrage, aber ich habe jetzt das Grundstück, ich habe die Möglichkeiten. Wie viel oder was kostet es denn? Was darf ich denn bei euch bezahlen? Also so eine Phytoteine, die kostet bei uns, also nur das Material, der Topf, das Filterungssubstrat und die ganzen Leitungen kosten bei uns um die 1000 Euro. Wenn ihr das selbst einbaut, dazu müssen sie noch Holzkohle dazu machen, Sand und Hackschnitzelplaketten und Pflanzen, kostet um die 200 Euro mehr, also 1200 Euro. Dazu kommt noch Transport, 100 Euro. Und wenn ihr das zum Beispiel für ein Tiny House benutzt, müsst ihr auch einen Tag mit dem Minibagger einplanen. Also entweder könnt ihr das Minibagger selbst steuern oder da müsst ihr einen erfahrenen Baggersteurer dazu nehmen. Das kostet dann auch extra. Aber wenn ich das Rundum-Sorglos-Paket quasi haben will, dann würdet ihr theoretisch, ich sage mal so, ich will jetzt in Hamburg ein kleines Tiny House haben. Ja. Dann würdet ihr auch nach Hamburg kommen und das für uns machen? Ja, das könnten wir versuchen. Wir haben ein paar Partner in Deutschland, also nicht unbedingt im Norddeutschland. Ja. Aber man könnte das je nach Wunsch besprechen. Super. Klasse. Okay. Ja, dann. Euch findet man unter der Internetseite. Unter www.aquatiris.de.de. Wir haben eine deutsche Internetseite und eben auch eine französische Internetseite, englische, spanische Briefe. Ihr tippt mal Aquatiris auf Google ein oder auf andere Sachen ein und ihr findet uns leicht. Super. Und ansonsten ist ja auch die Bretagne immer eine Reise wert, ne? Ja, auf jeden Fall. Klasse. Vielen, vielen Dank. Danke sehr.